Obo? Oh, es wird sich schlecht. Wolle ich hier viel machen? Oder bleibt es jetzt erstmal so? Ist aber nichts mehr. Ich gehe weiter. Oh, okay. Oh, das war tatsächlich noch so ein Scheiter. Gut, dass ich den jetzt noch mitgenommen habe. Sonst hätte ich später ein Problem gehabt. Äh, okay. Kist, hörst du, der Schlüssel ist drin? Vermutlich. Ähm, wie komme ich da rüber? Mit einem Haken oder? Ach, wie? War es hier was? Das sieht ein bisschen komisch aus. Hier genauso. Bombe. Okay, jetzt bin ich mir wieder leicht verwirrt. Ups, der Kraft soll ich ja nicht drücken. Äh, äh, Regenmenü. Hier, ich den Hammer. Den Haken bitte. So. Nö. Okay, bleib mir nur das hier. Oh. Okay. Okay. Äh, ich bin jetzt wieder zurück. Hier war es geändert. Aha. Und jetzt. Ah, ne. Ich kann es bedenken. Gut, gut, gut. So. Jetzt wieder zurück. Okay, ich nehme mich hier drauf. Und dann komme ich zu der Kiste. Perfekt. Schlüssel gefunden. Yeah. Ich habe ja schon mal den Boss-Schlüssel. Für diesen Dungeon. So. So. Soll ich zurücklaufen, oder wie? Aber fehlt nicht noch eine Stachel? Dingster, boomster. Oder? Ja, ich glaube, da fehlt noch einer. Egal, ich gehe erst mal zurück. Die Blütenmaus gab es nicht schon von einer sehr langen Weile. Dass es nur so alte Gegner gibt. Oh mein Gott. So. Da kommt die blöden Vampire. Sterbdämpf. Ihr seid eigentlich ja sowieso schon tot, also. Sterbdämpf noch mal. Ja, die Blütenmaus hat ja echt nichts drauf. Lexi ist los. Du kannst es schaffen. Glaub daran. Oh yeah. Ja. Super. Warum haben die hier alle eine... Warum haben die hier alle Immun gegen Geistwaffe? Das finde ich nicht lustig. Überhaupt nicht. Ja. Tschüss. Ich weiß nicht, ob hier ein Amor so ein Blau-Shatter sein könnte. Aber ich wüsste auch gerade nicht, wo. Ja. Schön. Ich habe die Bilder umlegen. Das ist ja so schwer. Ähm. Mein Schwert. Da. Ist ja irgendwo was. Nee. Überraschungsangriff. Oh. Wow. Wow. Oh. Ihr seid zu scheiße. So was nervt mich. Oh. Lexi hat gleich keine MP mehr. Das ist aber nicht schön. Egal. Ich führe die Elf-Erkönig auf. Ähm. Goodbye. Warum flüchtest du? Dummes Kapselmonster. Was soll das? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Warum ist er geflüchtet? Er fragt das Kampf. Er sagt, er hat ja noch volle HP. Ich weiß. Er hat ja noch volle HP. Oder erinnert mich gerade. Und wenn das nicht so ist, wie kann man die denn wieder auffüllen? Ähm. Fragzeichen. Äh. Ja. Zauberkug. Teilweise. Ich glaube, das ist nicht viel. Aber es muss sowieso weg. Ja. Ach. Super. Zauberdrang. Hier. Das geht ja. Okay. Mal gucken, dass hier irgendwo ein Schalter versteckt. Ja. Das sieht nicht so aus. Ach Gott. Bin ich wieder hier? Ja. Da fängt wirklich noch ein. Ähm. Stahlwand. St- Nein. Wirklich noch Stachel. Oh fuck. Wo habe ich jetzt was übersehen, ist die Frage. Wo? Wo, wo, wo? Äh. Oh nein. Schon Mist. Ich muss überlegen. Dann habe ich noch mal umgucken. Dann sind die nervigen Gegner dann auch wieder da. Oh. Oh nein. Oh. Komm. Komm. Ich habe die Schnauze so voll. Ich will vorankommen. Ich will verdammt normal vorankommen. Wir späten das jetzt ein bisschen ab. Ich will verdammt nochmal vorankommen. Ich will vorankommen. Ich will vorankommen. Verdammte Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Mal gucken wir bringen es ja hier überhaupt nicht. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Nee, ich bin genervt. Ich habe kurz gesagt, dass du mich nervt geworden bist. Jetzt weiß ich auch wieder ganz genau warum. Ja, Level up. Schön. Ich muss mich hier nochmal umgucken. Ich will eine Bombe legen vielleicht. Nö. Man kann es ja legen, aber da passiert nichts. Nein. Nein. Gott. Glück mir leid, wir speeden jetzt, aber ich bin genervt. Jetzt ehrlich mal. Hier war nichts. Ich blieb mich nochmal hier rum. Da ist ein Schalter. Okay. Dann mache ich das jetzt mal wieder auf Normalgeschwindigkeit. Da ist ein Schalter. Okay. Oh. Ja. Bin ich so dämlich. Ich habe doch überhaupt nicht hingeguckt. War die Feuerwehr schon da? War die Feuerwehr schon da? Oder ist das? Es ist erschütter, erschütter für mich, der sich über die Truhe öffnet. Keine Ahnung, schreibt es mir in die Kommentare. Aber du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Ich habe es ja jetzt gefunden. Okay, komm. Wieder mache ich das mal auf. Ich bin der Maus, vor allem ich habe auch meinen allerersten Dungeon. Pff. Was die hier machen, freue ich mich. Die haben sich wohl hierhin verlaufen, versehentlich. Naja, beim ersten Football werden die sowieso weg sein. Ich hoffe, ich habe eine Blöden-Attacke. Das ist doch eklig. Welche perversen Vampire. Schön. Schönes Grön. Dings da. Wieder Maus. Oder wie der jetzt noch hieß. Los, Lexis. Bosti fertig. Doch, nee. Ich zumindest. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, hier. Greif an. Spiegel. Oh Gott. Sowas können die... Welche ist überhaupt nicht lustig. Ja, wenn du das halt nicht. Und es ist der weg. Fuck off, Mann. Ich bin genervt. Ich bin genervt. Ja. Das ist irgendwie alles gerade... Wow. Wow ist das. So wow. Ihr versteht ne, Leute. Ihr versteht schon. Ich weiß, warum ich diesen Ort nicht mag. Ich weiß, warum. Oh Gott. Hier. Und da. Und da. Und da. Ich erzähle einfach jetzt irgendwas anderes. Was ich von nichts von dem Spiel. Sonst. Irgendwann töte ich euch zu Tode. Die Frage ist, was kann ich erzählen? Äh, ja. Was erzähle ich euch denn mal so? Ganz spontan. Ich weiß nicht. Ich könnte euch etwas drüber erzählen, was... Äh... Ich bald machen werde. Aber... Das soll doch eigentlich Überraschung bleiben. Also... Lass ich das jetzt auch. Oder hab ich das jetzt nur so gesagt. Um euch... Äh... Ja, neugierig zu machen. Und jetzt kriegt ihr nicht raus, was es ist. Ach, das ist gemein. Okay, gar nicht. So zwei Wochen ungefähr, wenn ich das denn... Werd ihr das wissen. Weil ich es dann... Ja, auf YouTube hochladen werde. Das ist ein neues Projekt. Können wir sagen. Aber mehr verrate ich dazu jetzt nicht. So habe ich jetzt den ganzen Kampf überlabert. Ja, überlabert. Genau so bin ich das. Toll. Tolles Deutsch. Wo es so schlimm ist, ist es natürlich nicht. Ich glaube, ich würde mich das schon mal... Formulieren können. Oder wie auch immer. Nicht, ich kann... Ach doch, hier. Guck. Gut. Oh, ne. Geh weg. Geh weg. Hier, guck mal. Ich hab was für dich. Guck mal da. Schön, oder? Ja, ich find's auch schön. Da. Und tschüss. So. Jetzt sind wir... Wieder hier. Eins und Glück. Weg. Geht alle weg. Ich hab... Ich hab keinen Bock mehr. So. Oh, ne. Ne. Jetzt kommen neue Gegner. Oh, ne. Ja. Und... Ja. Super. Die sind ziemlich... Ich glaube, ich ist ziemlich übel. Äh. Nein. Was war das hier? Gegen starke Gegner. Das muss ich schon als starke Gegner sehen. Aber ob das Spiel das Wort hat, starke Gegner sieht, weiß ich nicht. Du warst jetzt einfach mal jetzt hier. Mann, warum bringt das so wenig? Stahlsalbe. Chaosqualle. Chaosqualle. Ja. Ja. Ja, kämpft alle Seele an, dann ist es total in Ordnung. Nicht. Nein. Nein. Oh.